Es hat mir von Anfang an gefallen. Super war vor allem, dass meine Uniform erspart geblieben ist und dass ich es mir aussuchen habe können, wo ich arbeite. Und ja, mein Weg zur Arbeit war deshalb dementsprechend kurz. Jeder Tag ist spannend und vielfältig, man trifft lässige Leute und arbeitet in einem Superteam. Ich kann mich bei den verschiedensten Projekten aber auch im Büro einbringen und man macht wirklich etwas mit Sinn. Die verschiedensten Positionen, die man im Laufe der Zeit durchläuft, machen den Zivildienst abwechslungsreich. Es gibt viel zu sehen und man kommt im ganzen Land herum. Ob mit den Alten oder mit den Jungen, man hat jeden Tag Spaß. Ja, und dass man dann auch noch pünktlich Feierabend machen kann, das gehört natürlich auch dazu. Und trotzdem kann man sich am Ende des Monats noch etwas von seinem Gehalt ersparen. Und das, obwohl ich fast jedes Wochenende frei habe, um etwas mit meinen Freunden zu machen. Eine gute Sache, der Zivildienst bei der Carita Salzburg. Würde ich sofort wieder machen. Musik 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 Vielen Dank.